so und weiter geht's letzten mal ausgesiebt bei uns kann ich etwas abgrain das ist glaube ich ganz klar dass du abgrain nochmal 1250 kostet das die muss ich dann insgesamt kollektoren 3000 3750 ok das ist noch recht hier mal alter ist wirklich gut 9.20 es hat es da besser durchkommen so wir wollten alle wege durchlaufen da ist das hallo da 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 so ne ich wollte den haben so der plan ist nochmal durchs a treten zu laufen bei den fancy kopfhörer das sieht so geil aus ich mag das so sehr motor ich hab dich vergessen oder was so ich muss drauf achten ich weiß nicht wo die drachen hier sind das ist das ist was 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 the heck ist going on hier gerade? Das sieht gar nicht gut aus, was hier abgeht. Ich sitze noch nicht richtig, ich bin noch nicht richtig positioniert. Bisschen müssen ändern. Das sind schöne Bilder. Ich finde die wahrscheinlicherweise echt schön. So, mein Leben ist fast tot, das ist scheiße. Ach du Scheiße. Das ist close gewesen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen confused, aber nee, das ist richtig. Ich wäre den Weg auch hochgekommen. Das ist gay, mach's gut. Hier kommen wir nicht rein, hier ist nix. Man kann auch keine Äste ausbrechen, ne? Das ist so hübsch. Scheiße. Genau damit habe ich gerechnet, dass das passiert ist. Scheiße. Okay. Ich wollte eigentlich gerade mein Ding benutzen, aber okay. 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 Was ist das? Cool, dass die mit Farbe gefüllt sind. Der sieht auch voll nice aus eigentlich. Oh, scheiße. Ich mach mal kurz eine Waffe. Okay. Ah, hier ist eine Waffe. Okay. Also der schon auf 40 voll, das ist nice, ein Upgrade wird sehen als nächstes würde ich sagen, ne? Fuck, ich hätte da noch was killen können, wahrscheinlich. Egal. Hast du mich denn gefunden? Wird ausgenommen. Wird halt echt schwach, ne? Oder bin ich einfach zu stark? Ebene 3, noch eine Art Galerie. Ach, das ist die, ne? Also, ich weiß noch nicht, wie schon. Ist das hier? Das war's für heute. Nice. Haben wir auch erledigt. Exit only. Wait. Was noch davon ist ja gekommen. Oh. Nice. Aber ich wollte mal sehen. Das sieht einfach so unglaublich gut aus. Oh fuck. Ich erinnere mich an den Raum. Gibt es jetzt Schwabbelbacke, ne? What the heck? Das ist nicht gut. Gibt es hier keine Packwaffe? Weiter's dicke Arsche. Hier mal die Waffe. What the fuck? Wo hast du denn? Das ist nicht gut. Fuck. Was war das denn? Wieso habe ich die nicht einfach mal irgendwie geschafft, da irgendwas zu bekommen? Ach, den hatte ich gar nicht gekauft bis jetzt, glaube ich, den. Wo ist denn? Oder hatte ich den gerade schon geupgradet, du machst? BW rechtsklick. Ach, da unten. Der war das. Zweimal. Oh, meine Nase juckt ganz schön dolle. Fuck, hier ehrlich, ey. Mann. 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 Die Hörbüren werden besser von dir. Hörbüren, sie hat eine Waffe. Der war so schnitzelnd. Okay. Interessiert den Scheiß. Dieser dicke, fette Schwein. Ey. What the heck? Dicke Sau. Fürchterlicher Raum. Twins are unusual and intriguing subject to capture. They provide us with the challenge of capturing uncanny symmetry. Famous yet also non-stifference. Das sind die beiden. Stop this meaningless crusade here. Kuroki has long since abandoned this life of violence and bloodshed. Turn around and leave now. Nobody outruns their past. Not even her. Wrong. She left this path and we pull her back in. Mal kontrollieren, ne? We can end this fight now. Not too shy, sir. Ich kann die beiden nicht kaputt machen. Das ist jetzt schon ein keiler Teaser. Der Schnitzelei. Werd schon ganz oben. Das war's. Ich hab das irgendwie länger in Erinnerung gehabt. Tür zur Künstlerassistenz. Das Schloss dieser Tür ist alt. Was ist die denn da? Okay, crazy. Das ist ja auch noch ein Bereich, den ich noch nicht... ...checkt hatte. Ah, da ist noch der Drache. Er ist jetzt ganz schön... Er wird den Fokus wiedergewinnung bei Parade. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir gehen da drauf. Oder wir gehen hier drauf immer. Ah, fuck. Jetzt hab ich vergessen, uns zu skillen. Wollen wir den Weg noch laufen? Das wird zwar super schwer. Der wird echt schwer. Ich glaube nicht, dass ich's schaffen werde. Alter! Ach du Scheiße! Ich seh nix. Ah, ist das eine Kacke. Ah, falsch, das ist so. 33, oh Kacke. Ich bringe da das scheiße Messer. Aber wie der Schmerz von Schmerz von Schmerz von Schmerz von Schmerz? We must first embrace it, for the shadows of the past, consume us fully. Ey, hallo. Mal dieser Fettsack. Ich hasse dich hier so sehr. 35, ist das ätzend. Mann, fass mich nicht an, du Sch... Okay, interessiert die mich. Du folgst mir erstmal der dicke Wort, ihr wisst ja, dass der hier ist. Mann, du gehst mir auf die Nerven. Was hast du eigentlich für Probleme? Das ist echt scheiße. Die komme ich jetzt zwar gut durchgeheilt. Sieht ja auch so schön aus, ne? Mann. Dann kann ich auch nachdenken. Hey Mann. Mann. Ich verstehe nicht, was hier gerade abgeht. Das ist ja fürchterlich. Ich versiere gerade so viele Tore. 37. Ich habe noch die Doppelklinge vor mir. Du Arschloch, hast du mir gerade eine Chance gegeben? Hallo? Schon besser. Ich verstehe nicht. Was ist das? Was? Hallo? Was war das denn jetzt für ein Scheiß? Nein, der hat mich erwischt. Das war scheiße. Jetzt passiert noch ein richtig schlimmer Punkt. Das wird jetzt noch schwer. Wir müssen nur daran denken, dass ich vor dem Unterdroppen kann ich noch eine Waffe aufheben. Da komme ich aber nicht lange. Naja, ich kann also nicht umdrehen. So müssen die Wege nehmen, um uns zu heilen. Sollen wir nicht umdrehen. Sollen wir nicht umdrehen? So, meine Ladies. Ihr seid mit Abstand das Schwerste. So, meine Damen und Herren, ihr seid mit Abstand das Schwerste, und ihr seid mit Abstand das Schwerste. No, das war so close Ich hätte die fast gehabt Scheiße, das war so close 39 Das Alter ist nicht gut mehr Das war ein Hit gewesen Hallo Das ist fürchterlich Ich hasse diese Bodenangriffe Selber, Tina Unglaublich Wo bist du? Ätzend, was soll dein Leben? Das ist so expensive 41 Cent Fuck, ich habe vergessen zu shoppen Ich habe auch keine Waffe mehr dabei Okay, die erste Phase müsste ich in den Zimmer kommen Die zweite Phase war sogar in Kritik Sogar ist die, glaube ich Mal gucken Ja 41, ich müsste dich unter 50 töten, das wäre noch geil Das heißt, maximal zwei Tode wären schon gut Auch besser kein Wenn ich die erste Phase des Tans keepen würde, wäre das nice Als Rob du bist dann Das sieht nicht gut aus Das sieht gar nicht gut aus. Wenn ich halt auch ein leichtes Hit-Bauer-Teil möchte, was das heißt. Fuck. Das sieht die alten Scheiße, als ich den Kick mache. Ah, das ist nicht geil. Das ist mein erstes Leben. Damit sind wir jetzt auf 43. Der nächste setzt mich auf 46. Ey! Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht. Schon wieder gleich tot. Ah, fuck, es ist unten, oben, unten, oben. Jetzt will ich es 46. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde wahrscheinlich verrecken. Alter. Ich habe keine Schmitte. Ich kriege es optisch nicht hin. Shit. 20 Jahre noch. Meine Patience ist sehr schmerz. Ah, ich bin total idiot. Das wird nichts. Ich bin total scheiße. 55. Zwei Tode oder so. Ja, du gehst mir auf die Nerven. Ey, ich bin... Ich kriege die nicht hin, die Alter. Keine Schlüsse. Ich verstehe nicht, warum ich dieses Pattern nicht lerne. 61. Ich würde es halt nur gerne besiegen, Felix Pay. Ich werde es halt nur gerne besiegen. Oh, 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 oh. Ich kriege es nicht geschissen. Letztes Leben. Ne, vorletztes. Okay. Das nimmt dann noch ein. Ja. Und ich bin niemals mehr durch die erste Phase durch. Wie geht das Timing nicht raus, wenn die Anrufen? Das ist Leben. Das läuft gar nicht. ich weiß nicht was da so schlecht ist ich gehe mir da auch ganz schön auf jeden Fall ich habe ein Leben ich weiß nicht ich verstehe ich weiß nicht Rufy, ich hab das Timing nicht mehr. Ich hab das Timing gar nicht mehr. Ich hab das Timing absolut nicht mehr. Die Phase ist einfacher, aber ich hatte zu wenig Leben. Ähm, erneut versuchen. Ich würd direkt zu hier durchgehen. Ich hab jeden Gang, ich hab jetzt eine Tür gefunden, die ich dann noch klöpfen muss. Die Level 29, Alter 29. Ich wär eigentlich schön gewesen, wenn ich das da geschafft hätte, mit unter 25. Aber, das heißt, ich könnte theoretisch, ja. Mit 30 könnte ich sie schaffen. Müssen wir mal gucken. Ob wir das auch hinbekommen. Ich hätte halt gerne das nächste Gebiet rechts günstig. Ich hab das auch hinbekommen. Ich hab's halt da. Wie bitte? Ja, ich hab's schon gemacht. Ich hab's schon mal hinbekommen. Ich hab's schon mal hinbekommen. Die bitte? Das ist ja nicht mehr hinbekommen. Das ist ja nicht mehr hinbekommen. Ioannis. Jürgen ist das ja nicht mehr hinbekommen. ist, ach so, fuck. Mit dem aufzukommen ist theoretisch direkt nach ganz oben. Ich hab überlegt, weil wir halt ganz oben, in der obersten Etage, da noch einen Drachen hätten, aber den mitnehmen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wert. Ich glaub, oder? Ja, ne, mal mit. Komm, machen wir. Unglaublich. So, ich kann nur da rein investieren, ne? Hier ist, dann haben wir schon. Kann ich auch nix mal rein investieren, ne? Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben. Oh, das ist ganz gut. So, die erste Phase finde ich wesentlich schlimmer. Kriegen mich die Petter nicht in meinen Kopf ein. Das ist nett. Das ist nett. Kann ich die Musik lauter machen, eigentlich? So, Mono. Nein. Na gut. Okay. B, Force, too. was Was ist das? 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 Das war richtig kacke. What the heck? Oh, das war ein ultiger Tod. 31. Das ist aber noch ein gutes Alter. Ah, das ist das. Oh. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, zu weit weg. Ah, fuck. Nein, nein. Ich möchte das unter 40 schaffen. Was schaffe ich doch, oder? Ich habe zu viel Kack. Boah. Er hat den zweiten Mittelteil gemacht. Da ist Assi von der Abonome. Ah, was war los? Ah, was war los? Ich bin mir nicht so sicher, dass ich jetzt sterbe. Fuck. Richtig geil. Ich hätte zwar wesentlich auch 30 einreißen können, aber ich habe es daraus mittlerweile. Das ist so ein gutes Game. Das ist wahnsinnig, wie gut das Game ist. Das ist so, dass du jeden Boss wirklich zehnmal machst. Das machen die immer noch mehr Spannter als jeder Elden Ring Boss beim zweiten Mal. Das ist so ein geiles Game. Dann fehlen noch zwei Bosse. So. So. Ähm, da ist der Ausgang. Die Frage ist, wo investieren wir rein? Achso, das ist schon bei Maximum von 29 gewesen. Stimmt. Das Ding, die auf Heizschalten wird, wird auch noch schwer. Ich glaube, ich sollte eher auf das hier gehen. Maximal. Links klick halten. Bloße Hand und Knüppel, bitte. Das wäre an sich, glaube ich, echt nicht schlecht. Ich glaube, ich gehe hier drauf. 1.500? Ich dachte, da stand gerade 500. Scheiße. Ähm, das wird schwer und teuer. Ähm, nochmal, ne? Dann nochmal der Turm. So, wir wollen auf jeden Fall zu ihrem PC. Da haben wir nämlich neue Infos. Zur Tower. What? Okay, du hattest mich dran. Ah, der Turm hat die Ignorierung zum Aufzug gekämpft. Ich bin derjenige. Ich bin der Turm hat die das war unnötig, das war richtig unnötig. Geil, wir machen es einfach mal. Hör doch auf! Ich habe es geschafft zu... Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin froh, dass Sie wiedersehen. Unfortunately, ich glaube nicht, dass Sie diese Möglichkeit haben. Ich habe es geschafft. 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 Oh. What the heck? Oh Gott, auszeit. Haben wir jetzt hiervieligerweise noch am Bombstick? Kann man nicht, ne? Wo hast du denn das Messer? Das sieht scheiß aus, ich bin dort. Ich häng' fest in der Ecke. Wollt ihr noch immer das Messer gehabt? Ähm, hatten wir... Hatte ich irgendwas investiert gehabt? Achso, irgendwas hatte ich gekauft und der war zu teuer, um noch mehr davon zu kaufen, ne? Der hier war das. Na gut. Also, speichern. 5, 6, 2, 36. Really? You want some more? Oh ja boy. Oh no. Oh boy. Oh wei, oh wei. Gehen nicht auf? Gehen beide nicht auf. Ach, da ging's lang. Ich glaub, da bräuchte ich ja vielleicht irgendwas inheben oder sowas. Ähm. Was der Heck? Das ist gar nicht gut. Das war das denn. Der hat's nicht genommen. Ach du Scheiße. Das ist richtig RIP 37, Scheiße. Sind schon ein paar echt unnötige Tode hierbei. Natürlich die erste Fotze, die wir da schnappen, geht direkt in die zweite Stance ein. Ach, das ist nicht so schwer. Ach, das ist nicht so schwer. Ach, das ist nicht so schwer. Geht weg mit dir. Du kannst nicht aufstehen. Du bist verabschiedet. Das ist natürlich ganz nett, aber ich glaube, darauf können wir erstmal verzichten. Und wieder noch einiges. Ich glaube, ganz geil bleiben da drauf. Ach, jetzt hab ich vergessen, ein Schiff zu drücken, ist egal. Jetzt haben wir hier nichts mehr, ne? Dann müssen wir jetzt nicht hören. Du bist doch gerade abgehauen. Hey! Squad 7. Sie ist in der Schiff. Repeat, sie ist in der Schiff. Send Squad 9. Send sie jetzt. Squad 9 auf der Weg. Get out of my way. Ich werde das machen. Uh oh. Was? Du hast mich niemals gegrabt und hast mir Schaden gemacht? Darüber, du mich zur Seite geschubst hast. Beide ich noch mal. Was ist das? Ich weiß schon gar nicht mal, wo ich gerade eben korrekt bin, aber am letzten Mal, wie er es sagt. Ich gehe auf jeden Fall jetzt einmal die eine Abkürzung. Also direkt hier runter und ich wüsste nicht, warum ich das nicht machen sollte. Ach, falls es mich umbringt. Okay, das ist Scam. Was ist das denn? Das heißt... Okay, das ist eine Abkürzung im Preis von einem Leben. Das hat sich nicht gelohnt. Scheiße. Hier bin ich gestorben. Die Guardians. Diesen Ordnung, die für sich selbst behalten, aber zu den Menschen gehören. Die Wahrheit immer findet seine Weg. Woh! 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 Das war scheiße, das hat viel zu viel gekostet. Das hat viel zu viel gekostet. Investier, das probier's kostet noch 3 mal. Das ist halt extrem teuer, das Ding. Shit. Und mal gucken. Jetzt ist alles blind. Ach so, eine Trommeladen. Müsst ihr auf jeden Fall mal versuchen, mehr zu dockschen. Okay, wenn ich hier runter höpfe, ist das Ende. Was haben wir in die andere Richtung? Warten wir einmal kontrollieren, du machst sicherheitshalber. Oh, oh. Oh, Mann. Mann. Ob's irgendwas gibt, um gewisse Wege einfach zu... Ja, von da wär ich gekommen. Scheiße. Ob's irgendeine Möglichkeit gibt, diese Sprünge zu überleben? Also, die sind ja auch nicht aus Erfanusota. Ähm, mein Vater, du hast dich schuldig gemacht. Wait. Was? Mein Vater hat niemals etwas falsch gemacht. Er sollte besser gemacht werden. Er ist stark. Ja. Da ist wohl mal die Waffe auszuleiten. Das ist nicht gut. Na, du! Ach, Mann. 40, das war so unnötig. Also, bis jetzt... ... ... ... ... ... ... ... So eine doofe Sau. Schlüsselkarte für den Aufzug. Nice. Damit habe ich meinen Freischot gerade vorgeschaltet. Hier sind verdammt viele Waffen. Guck mal das Messer. Ah, der Kampf war unnötig. Der Tod war vor allem unnötig. Vor allem auch die ganzen Tore vor, aber die sind jedes Mal untergefallen. Und die zwei waren unnötig. Die paar Waffen, ne. Das ist so ein hübsches Game. Das ist so ein hübsches Game. Das ist so ein hübsches Game. Nice. Ähm, wir können... Maxima hier ein bisschen. Will ich noch was kaufen? No. Dann. Das ist willkommen. Das ist die mit der Range-Waffe, ne? Scheiße. Das ist die mit der Range-Waffe. 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 Die ist ekelig, die lässt mich nicht sehr leicht rankommen. 43, ich hab schon einen Versuch oder so. Vor allem schiebt die mich immer wieder zurück. Man, du bist schnell, du bist nervig. What the fuck? Hast du mich gar mit einem Stummel geschlagen? Ich komm nicht mal jetzt an die ran, was ist denn mit der los? Wie soll ich das denn machen? So cool. Mann! Wir ging dein Ding extrem schnell hoch. Aber du bist halt wirklich schon extrem eklig, ne? 50 noch 20 Jahre. Ich werde dich alle aufhören. Ich werde dich alle aufhören. Ich werde dich alle aufhören. Ich werde dich nicht an den Platz. Ich werde dich nicht an den Platz. Du musst dich таким혀 aufhören. Ich werde dich nicht an den Platz. Möge ich dir. Du kannst dich nicht an den Platz. Nimm dich mal die K 돌�versich. Ich werde dich nicht an den Platz hierher. Ich werde dich nicht an den Platz noch. Oh, eine Phase. Glaub ich das gut. Bitte mehr Beat. Glaub ich das gut, dass der letzte Boss drei Phase war. Du musst dich fühlen. Ich hab jetzt den Pattern geändert. Okay, du bist relativ eh nicht gut geändert. Okay, nice attack. Oh. 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 Fuck, der war von unten. Damit hätte ich rechnen können. 54. Ah, noch vier. Ja. Ich krieg dich, aber es ist trotzdem super extensive. Na, die lassen sich fancy jugar. Ja. Ha tai. Oh. 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 die ist schwächer als die andere auf jeden Fall, die Museumsfrau, da muss ich sterben Klatschen Und noch einen, noch Jing Und wir werden immer älter Oh, hier sind wir Nein, der ist schon fast ausgegraut, 1.100 haben wir 1.500 könnte ich theoretisch nur leisten, vielleicht kriege ich den noch voll Einfach nur den Linksklick, einfach nur den Linksklick Große Hand und Knüppel, du umf Was ist das Ding? Ja Dann Zeitung zu besuchen, ne? Das heiligt 2 59 Wir haben nicht viele Jahre Zeit Ich glaube, mein Count ist momentan auf 3 oder so Warum? Weil ich so viel aufs A2 mal untergefallen bin, das war super dämlich Das ist schon Ich bin aus Steingarten, gefällt mir Willkommen in der Sanctuary Das ist ein Ort für geschlossene Körper und Geister Was ist die Für alle Willkommen. Kann ich dir helfen? Wo ist Yang? Er ist in seinem Office, meditativ. Es ist der höchste Gebäude. Nur weiter geht's. Entschuldigung. Geheimnis. Jetzt mal das da, oder? Weht man's. Ist da was? Es ist so schön, was es kam. Komm her, bitte. Ich habe sie nie gesehen. Sie ist eine der Unfitten? Nein. Sie ist speziell. Any regrets, jetzt? Obwohl du auch so geht's. Your class. Sieht so schön aus. Das ist Wahnsinn. Kann sich hier auch wirklich viele... So hübsch aus. Das sieht wirklich gut aus. Sonst sind sie nicht gleich aus. Mehr sind trotzdem nicht aneinander stehen. Das ist wirklich gut gemacht. Ich bin kein Special Guest, oder was? Was machst du da unten? Steh da auf, Alter. Was ist los mit dir? Ich dachte, die sind nur für Special Guests. Wolltest du mich nicht daran hindern? Oh, Pflanzenwälder. Das mag ich auch sehr gern. Was haben wir hier? Wie geht's? Genau. Pajjas Zimmer im Heiligtum. Der ist in Fajja gewesen. Blumenschlüssel. Das ist ein alter Schlüssel, auf dem das Symbol einer Belumens findest. Das ist doch bestimmt im Drogenhaus, ne? Ja, ist richtig. Ich finde das auch echt cool. Also ich hab Bock nachzuschauen, was da drin ist. Also das Game hat echt geilen Wiederspielwert. Ja, du musst es ja alleine... Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das beim ersten Tor schafft, das Game. Gut, damit hätten wir das Gästehaus fertig, ne? Dann können wir recht zu lang da, wo die Yoga machen gehen. Okay. Also wir müssen die Schlauze hinwe 아마 ausgutieren. Ja, meine Schlauze wütend. Du musst da den Schlauze hinwecken. 個 Schlauze hinwecken. Du musst dann auch ein Bild für meinen Schlauze hinwecken. Der ist nicht so gut. Und siehst du auch wegen Schlauze hinwecken. Du musst die Schlauze hinwecken. Ich meine Schlauze hinzufleun. Du musst siehst, dann hier. Oh, ich werde das Gäste. So. Das ist doch es nicht so gut. . Mann, diese scheiß roten Tuschs, ich krieg die nie hin. Die sind so schwer. Fuck, ich werde 64. Halt den Mund. Fuck. Es ist so schön, einfach. Es war nur nicht schön, dass es ist. Wie du bewegt mich, wenn du dann vorbeilässt, ist ja crazy. Morschi, morschi. Was, wenn nicht? Warum haut du eine alte Lady? Was, holy fuck. Fuck. Bin ich denn hier gelandet, ist meine Frage. Ich bin auf drei, da ist es jetzt nicht so, wobei ich das, glaube ich, schon lohnen würde, darauf zu müssen. Fuck, ich hätte Schiff drücken müssen. Passage rum. Okay, wir mal hier schauen, was wir hier haben. Ja, so ein Mann, zwei. Ach man, ich hasse euch. Das ist gar nicht gut. Kann ich nicht nehmen. Ey, don't get it. Die sind echt knallhart hier, diese ganzen Mannzeilen. Ja, ich kann nicht mehr zum Kaufen. Lecker, Mann. Was ist denn mit denen los? Die sind echt knallhart hier, diese ganzen Mannzeilen. Ja, ich kann nicht mit denen los. Ich kann mich jetzt enden. Ich kann mich jetzt enden. Hör auf, nichts. Guck mal. Verhent. Was? 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 Ich krieg diesen Quäpp nicht hin. Ich bin jetzt schon wieder auf 2. Ich bin jetzt schon wieder auf 3 jetzt gleich. Der macht mit einem... Der Schlüssel ist zum Duftgarten, okay. Wo ist der denn? Den habe ich noch nicht. Den muss ich also mal finden im Duftgarten. Der war ein Messer, den ich ja vielleicht vorher finden konnte. Ist so schön. Damit hätten wir hier alles. Ah, zum Duftgarten. Ist wohl noch zu. Ich muss noch in die Cafeteria. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich häng fest. Mann, wieso häng ich denn da fest? Neun und letztes Leben. Mann. Ich bin tot. Das war's. Letztes Leben. Shit. what the hell? Was da? Das Ding, ich wüsste, ob wir eigentlich mal in die Cafeteria rein gehen. Ich gehe erstmal hier hinten, und da haben wir auch mal einen Sitz, bevor ich da oben bin. Und da oben ist der eine Typ wahrscheinlich der Jay. Echt? Wird so glauben. Glück. Vielleicht glaube ich, was sie brauchten. Ich hoffe, ihr findet, was ihr schaust. Danke. Ähm, ja, muss ich jetzt nochmal tatsächlich alles zurück, um da in die Cafeteria reinzukommen? Äh, in das Restaurant. Und ich wurde falsch abgeboten. Ich würde mich noch nicht nach da oben laufen. Ich komm nicht zurück. Ich werde jetzt endlich schaffen. Ich habe ein Leben. Der nächste Typ wird mich schon fertig machen wahrscheinlich. Mich schon klappen. Hier werde ich sterben. Hier hat die alte Oma zerprügelt. Das ist ein riesiges Schwein. Nein, 50, ihr seid schon echt alt. Im Ei liegt. Das hier kann ich besser machen. Aber das mache ich ein andermal. Erstmal auf Wiedersehen.